Sehr geehrter Herr Brettner, ich bin als Musikexpertin der persönlichen Ansicht, dass Sie beim Gitarre spielen einen grundlegenden Fehler machen. Es geht nicht um die Standard Licks. Es geht genau darum, keine Standard Licks zu spielen, weil man das nämlich hört, wenn Sie Standard Licks spielen. Das will man nicht hören. Man möchte was Neues hören, inspiriert werden.